Hallo! Es ist nur, wo ich ziemlich... ...dragata... ...hann ich sage das? Ich habe das erste Mal erzählt, wie du sagst und ich vertal aber so und was bei uns passiert ist so Montag das wird Montag jetzt ist es nur, es merkt ja, Montag dann wird bei uns ein großer Sturm ich habe heute eine Warnung wo der Sturm kommt aber das muss ich mal so sagen und ich dachte so ach warte, wo ich bin, wo noch einer besorgen und dann wenn es die Brücke nicht immer noch zurückgehen dann sollte ich mal angewandt sein oder so und dann wir vielleicht wenn ich 20 oder 20 Minuten trage die Bande von Hainer Bazaar und dann sperre ich das hier, die die Warnung und dann sperre ich das und dann die Warnung und dann und dann sperre ich das an die Hüste von zu knacken und dann sperre ich das und dann sagt plötzlich zwei Brücken und dann ich habe Angst an die Hüste von zwei Brücken und dann ich habe Angst und dann strömt wieder an die Köln und dann Schaut, wo die Oldsinger kommen, wenn es ein Traktor ist und alles in ihr habt, auf ihr, einfach ganz abgefloh, ganz versträten. Größte Dachflüge auf ins Hafen, oder wenigstens Dachflüge, oder was immer da wäre, wenn es größte Bieter ist. Und ich wollte dann ein paar Bilder nehmen, jetzt habe ich noch ein paar Bilder aufgebaut. Ja, und so. Nun sind wir auf ins Hafen, wenn es da ist, wenn ich vorhin war ich danach, jetzt will ich einen Strom nehmen, und ich wollte nicht, ich konnte einfach ein Brot backen, und dann vielleicht, wie man sagt, es dauert jetzt so lange, viel zu lange zu backen, und dann hatte ich dann früher, hat mein Freund gesagt, dass ich vielleicht Strom holen kann, dass ich ein Brot backen kann, und dann fuhr ich auch ein Brot backen, und dann, wie ich meinte, bei einem Brot backen ich habe eher Strom gehört, so dann wird es los, weil ich habe die Brot backen, und dann bleibe ich auch bloß, danach, bei den nächsten Tagen. So, nun fehlt ein Tag bei uns zu gehen, wollte ich irgendwie auf ins Hafen anbieten. Und dann war ich anwesend, die kleinste Arzt abbringen, die kleinste, die ich für Henry-Luther, und sie haben mich gewechselt, weil ich auf den Winter Filmrook, oder so, aber die kleinste, die ich dann abbringe, und vielleicht bin ich an meinen Gordeshofen, aber, ja, das ist dann, und danach, wie ich das jetzt sag, dann, ich tschüss, wie dann, wir hatten an den Schale, wir gehen uns vor nach, also, da, 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 da wir, in der Wut abgehauen Bilder wird, von bevor die reizten, meist, unangeneh, so, da, wir, in der Wut an den Schale, also, als immer nicht so, er dich, so, und wir, in der Wut an den Schale weinen kommen. Das ist ein schönes Strom, weil es alles war, hier kommt so. Und es ist ja auch auf der Meier, wir müssen durchgehen. So, das ist das, was ich gehört habe. Ich verteile mich auf einen Strom. Ich habe mich auf einen Schwen-Ola mit Eva verteilt. Ich habe heute wieder gezeigt, dass es richtig ist. Ich denke, wie flottet ich Ola nach einem Stil. Ich hatte wirklich Angst, ich fragte mich, wenn ich über das Donau bin. Und ich dachte, wenn ich nicht mehr würde, würde ich beten. Dort war ich wieder in der Nähe, weil ich ganz in der Deutsche bete, dort ist die Hauptbahnhof. Dort, als bloß ein Wunder war Angst, hier... Ich meine, Angst wäre... Also auch ein Wunder, als das passiert, als bei Ihnen ans Haus, dort... Und die Idee da, der größte Weg wurde nur ans Flur, dass die einfach kreikt, dass sie in Hürsen... Nichts hier drauf, auf der Pick-Up stand dafür. Und da ist irgendwie eben ein Pick-Up, die Flur, die Pick-Up hat wohl nicht getroffen, so... Gerade auf seiner Hand zu... Ganz genau, wo ihr holt und... Dann nicht mehr war das. Aber ja, ans Darpy, wo wir wohnen, hat das Misch, dass die Flur getroffen, der wieder nach Meierschaps... Für Flur, so... Das ist wie im Bett. Im Bett wird anders machen. Aber dann wollen wir nicht mehr abstehen, wenn ich so eine neue Energie habe... Und so eine Schafe zu gehen, um mich später zu öffnen, um meine Energie zu lösen. So... Aber vielleicht möchte ich auch noch die Schafe zu geben, meine Energie... Ich mache ja mal zum Schafe zu gehen. So, dann wollte ich um die Wiese. Das ist diese Bäume hier. Die sind nicht bis von den Staunen. Ein paar Haare, die wir im Bett ja oft hier... Bräcke bei der... Hydro-Aberastung. Das ist jetzt der Offshore, wenn es der Land da oben... Da oben... Da oben... Die... 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 Da ist alles aufgebrochen und habe ich am Anfang abgedrehen, das war ja nicht zu sein, aber will ich in der Nacht, wo es da blöde, sieht man es aus. Da, du, von denen sie ihn schaubt. Nein, ich will hier mal Bilder nehmen. Das Pickup steht dann hier nicht durch. Hier steht das Pickup. Und du, auf das Gras, zwischen dem Haus und dem Schaub. Du kriegst zwischen dem Gras oder der Dachblut, oder was auch immer. Und du hast es nicht angeschätzt, das Haus ist nicht der Schaub und nicht dem Pickup. Das ist von euch, was hier passiert wird. So, hier sind wir Bilder von, wo die Leute nur in den Sturm. Wir haben erst mal ein bisschen Eis-Kaffee im Nacken. Es ist sehr schön. Aber es hilft mir wirklich, ich muss es nicht gleich sehen. Guck dir, was mir da war. Das war ja mein Gursch, aber erst. Mit Joeri so in der Haare. Ich habe die Haare nicht noch und ich habe die Haare nicht los. So, mein Hafe war kein Zuerk, der Asch dabei schlappt. Oh, hier soll ich gehen. Und da, was ich jetzt sehe, was ich lüriere. Ich muss auch nur auf dem Sehen, wo ich dort soll. Und dann, wo ich dann so im Kuhren ging. So war ich, wenn es den fehlt, dann auch so sehr aneilt. Aber, na, ich warte mir alle weg. Aber jetzt will Alex erst mal haben und wir sollen schauen, dass sie die Höhne haben. Wir machen die Uwe, die wir stoppen. So, lots of branches, hm? Aber jetzt weiß ich noch mal, wie sie da hinten sind. Da liege ich noch. Huch, das bin ich. Der Uwe ist auch noch ein Aussatz. Ein bisschen fährlich haben wir hier nicht irgendwo noch. Nein! Nein, das ist nicht? Okay, alles hat sie gesagt. Hey, Leih. Wenn ich nicht, dann habe ich die Höhne gesehen. Die Höhne sind viel feiner. Die Höhne, die Höhne sind immer noch. Die Höhne sind viel feiner, ja? Ja, ja. Oh, let me see. Yes! 1, 2, 3, 4, 5. Und der Unterhäck oder Leih? Oh, dann wollen wir unsere Höhne hier wiesen. Oh, dann wollen wir noch unsere kleine Schöcke. Wir sind endlich mal so klein. Aber wo sind die? Oh, hier, wo? Oh, hier, wo? Wie geht es hier? Und sie zeigen uns mit dieser. Schau, unsere Höhne sind da. Das ist lustig. Okay, Mama, wir müssen die Höhne hier rausnehmen. Oh, sie haben es auch. Was? 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 Okay, eine Höhne. Eine Höhne, greift sie. Das ist wichtig. O, Wunder, du kommst die Höhne hier. Wir brauchen die Höhne da unten. Okay. Achtung. Ist die Höhne mit mir zu, oder? Ja? Wir brauchen die Leih, die Höhne zu. Eine, zwei ... Das ist es. Ja, das ist für unsere Breakfast. Für unsere Breakfast? Ja, für Glamzbrot. Für Glamzbrot mit Eier? Ja. Das ist nicht voll. Mama sagt es, du hast immer voll. Ich bin sehr dankbar für unsere Eier. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Ja, du kannst die Eier. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Ich habe sie mit ihnen gekauft. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Die Eier ist da. Ja, die Eier ist da. Ja, die Eier ist da. Die Eier ist da, die Eier ist da. Jetzt haben wir den Eier. Das ist schon sehr, die Eier. Ich bin sehr dankbar für die Eier. Nur alles wird fern abpassen, das wird er nicht vorloten. Soll ich das Babybär noch schritte, dann kann er eben so eine Babykamera eingreifen. Nun kann ich immer von mir anfangen, dann soll ich, wo Baby kriegt, dass er gleich ein Oberseier ist. Nun haben wir die Mäder geübt, damit die es fehlt, wenn sie die Türen gehen. Ja! Und Mami hilft mir der Besucher, ihr seht ihn geräst mit Baby. Und nun muss ich in die Bühne schaffen gehen, also ich habe meine Kofferwutte hier, wenn ich versägele, um in der letzten Zeit mit mir Wutte zu trinken. Ich warte an, ich trage wirklich ein wenig Wutte, für was ein Mensch soll. Nun versägele ich mir, dass ich das zu sein und ich will das anderes zu trinken mit mir. Aber ich rede schon mal mit Henry und er sieht mich, wo ich da oben seit dem Kaffee, immer loszulter, ist das die neue Kenntnisse. Meine sind die Türen. Meine sind die Türen. Ah! Not me! Me too! Hi! Hi! Nein, du hast den ersten Punkt Ok, die erste Tour habe ich bald hier Und hier sind die Auffloren Dann habe ich noch eine neue Tour zu führen Ich bin ein Glück Ich bin ein Glück Ich bin ein Glück, dass ich diese Harnetwege hatte Jetzt sind wir wirklich auf die Tour zu fahren Ich bin ein Glück Ich bin ein Glück Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020